Musik Sehr gut meine Freunde und ein herzliches Solo zurück zu The Last of Us Und ich hab jetzt kurz was zu Mittag gegessen, denn Mittagessen ist immer was ganz nice, obwohl wir erst 3 Uhr haben Alter was Alter was Aber den anderen untersuchen sie nicht Was für kranke Menschen Irgendwie hart wenn man das bedenkt, die werden wegen Essen gekillt obwohl sie nicht mal was haben Das ist schon fast wie Hive SG Da wird man auch einfach immer gespawn trapt, obwohl man nix hat Das ist aber wirklich so Richtiges Hive SG hier Hier geht's rein Alles ob klar, jetzt hab ich kein... Alter, das war so dumm von mir Ich weiß nicht, ich hab irgendwie so richtig überlegt wie ich das mache Aber Die sind jetzt down So Nice Ist hier noch irgendwas? Ja Hier ein Twix, aber ich bin full live Da ist sonst noch irgendwie was Keine Ahnung, nee Scheint nicht so, dann gehen wir erstmal weiter Vielleicht finden wir noch was interessantes Hier geht's raus Wo ist die Brücke eigentlich? Sind wir schon näher? Ich glaub die müsste irgendwie da hinten oder so sein Oder? Keine Ahnung, ich seh sie nicht zumindest So viel ist schon mal klar Komm schon Komm schon Man, die scheiß Molotow-Cocktails sind schon irgendwie OP Als ob die so viel werfen können Äh, lol Als ob, alter Komm schon Diese scheiß Molotow-Cocktails Die sind schon ein bisschen OP Äh, OP Was ist da? Was ist da? ok baseball schläger nehmen ist hier noch irgendwer vermutlich schon aber wie viele von den sammach gibt auch nie sind die jetzt ich habe doch noch jemanden gehört da kommt einer habe ich keinen schuss mehr das bringt nicht viel der revolver hat noch zwei schüsse aber dann war es das auch schon einer lebt glaube ich noch die frage ist wo ist er jetzt mal weiter ich hoffe dass hier noch munition liegt nein doch da ist was für den revolver der pfeil ist zerbrochen scheiße ist der letzte irgendwo ist doch noch einer da ist wirst du das das war es jetzt so wo geht es jetzt weiter ist jetzt die frage also irgendwie kommen wir lust verloren warum das meinen die das lust also klar verloren der umständen man ist verloren die ist das ananas so überall leute ja komm herrlich ok nice können wir hier hoch sehr schön mal gucken ob noch jemand kommt ich glaube da kommt niemand mehr die haben jetzt respekt für uns wir sind fast da ah die brücke nice dann können wir endlich aus dieser stadt raus dieser gottverdammten stadt noch ein was die poster sind überall ich habe den gesehen kurz vor dem ausbruch ach ja schlitzte sie am ende komplett auf niemand wird aufgeschlitzt das ist ein teenie film wer hat dich da reingeschleppt keine ahnung ok wie kommen wir hier weiter ist die frage also das scheint eingang zu sein das ist denke ich mal der richtige weg hier ja scheint so wir sind irgendwie ziemlich langsam oder ist das immer so der verdammte truck bleibt nur in deckung den müssen sie sich auch noch verhalten hier kommen wir nicht weiter hier hinten vielleicht hm muss jetzt echt vorsichtig sein muss jetzt echt vorsichtig sein hast du das gehört hast du das gehört als ob ich ihn nicht greifen konnte als ob ich ihn nicht greifen konnte kommen noch welche ok hey geht außenrum oh verdammt alter was für ein camper jetzt runter jetzt runter pass auf elli okay jetzt muss ich schnell ein midi pack machen ok kann ich mir eins machen wunderbar so und jetzt direkt einsetzen weil ich bin schon grad ziemlich low ich weiß nicht wie wir gegen dieses äh auto kämpfen wollen aber ich glaube wir können das übernehmen später also so dass wir das fahren können und damit weiter wenn wir ein bisschen glück haben die frage ist nur wie ich weiß nicht wie ich da hingehen will hier kommen wir auf jeden fall nicht weiter ich habe eine kleine idee kann ich irgendeinen hinweis ich glaube ich muss einfach fliehen ne warte kurz hier ist doch was da ne ist nicht einfach fliehen ach scheiße alter die haben ein gewisses muster so jetzt schnell 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 hier rein ok ok schnell runter einsammeln wunderbar pfff alter das zieht so viel damage wir müssen hier irgendwie weg die frage ist nur wie hier haben wir noch mehr munition dankeschön danke fürs midi pack das kann ich denke ich mal ganz gut brauchen scheiße alter schnell 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 ich lege noch einige sachen ach das bringt mir aber nichts ich dachte das betäubt ihn ok wo ist das auto hin oh der videoclip ist gespeichert ich würde sagen haut rein wir sehen uns nächstes mal wieder bis dahin und tschau bis jetzt